Moin, liebe Lüte! Sündach bin ich bei den Gottesdienst in unsere Karke wehen. Nur hab wir eine niege Pastorin. Sie heißt Susanne Schumacher, die in die Gemeinde inführt worden ist. Die Ansprachen sind mit viel freundlicher Wör, positivischer Gedanken und viel Höben für die Pastorin und Weltwehen. Schön, dass sich weder jemand für uns Michaelis gemeint funnen hätte.